whisky jason hier aus der sicht eines amerikaner aus heute habe ich was interessantes zumindest für mich zum ersten mal habe ich hier very cloudy mordlach 2013 genauer gesagt denn am 13 juno 2013 destilliert das ist die unchilled filter collection single malt scotch whisky natural color ohne kältefiltration und diese flasche wurde am 6 november 2020 abgefüllt 34 euro 99 ein sieben jahre alte mordlach mit 40 prozent wie ich gesagt habe zwei hogsheads wurden vermählt ein nummer 803513 und 803516 whiskybase nummer 171492 und 35 euro so arm ich gieße ein bisschen was hier ein und dann reden wir über etwas so wir reden nicht über etwas was hier heißt hier mordlach wir reden über cloudy also hier trüb wir kennen vielleicht alle apfelsaft und apfelsaft gibt es in natur trüb und es gibt es so klar und die frage des tages ist was trinkst du lieber und warum nun um ganz ehrlich zu sein manchmal tendiere ich lieber zu den klaren apfelsaft aus dem trüben apfelsaft ja ich weiß dass es verkehrt trüb ist natur was man macht beim trüb ist man nimmt es durch den filter hindurch und dass es klar bleibt und ein bisschen von den ursprünglichen geschmack einiges von dieses fatty acids diese fetten säuren denn werden zurückgehalten und man verliert ein bisschen geschmack kennen wir zum beispiel bei apfelsaft und beim whisky ist es nicht viel anders man verliert tatsächlich geschmack wenn man das kühl filtriert oder kälte filtriert chill filtration was passiert man nimmt ein whisky man nimmt das dann irgendwo zwischen 3 und 0 grad und da werden einfach mal egal wie stark diese whisky ist ob es 60 prozent ist oder ob es denn 40 prozent ist werden denn dort tatsächlich ein teil von diese fetten säuren da drin ein bisschen eher diesen alkohol lustig aber je kälter es wird um zu mehr arm wird jetzt hier diese dinge denn fest also trüb dann filtert man sich einfach daraus man hat eine art verschiedene schichten ob das jetzt hier gemessen ist ein mikron mikromillimeter oder ob man einfach mal ein stoff oder ob man wie auch immer das so macht manche leute black adder zum beispiel das ist eine unabhängige abfüller die nehmen tatsächlich etwas wie ein arm ich nenne es einfach ein waschentrag zauern ja also man da kommen klumpen die einfach ungefähr so groß sind immer noch durch und andere leute nehmen tatsächlich eher wie ein kaffee filter nicht identisch war aber so ähnlich und da wird fast alles was irgendwie da wäre einfach rausfiltriert was macht signatory vintage mit uns erlauben uns einfach ein whisky in natural zustand naturtrüb zu erleben allerdings bei 40 prozent wenn man am wodka nenne ich jetzt ganz wichtig einfach mal dazu kippen würde man würde der alkohol wieder auf 46 prozent hoch bringen also würde jetzt diese trübfaktor aufhören weil es ist genau eben dieses moment wenn es unter 46 prozent ist kann tatsächlich hier diese trübung passieren dieses fett säuren können dann sich dann finden und wenn es über 46 prozent ist dann ist es so dass tatsächlich der alkohol diese fettsäuren auflöst und dann sind die nicht mehr trüb und je mehr wasser man reintut umso mehr passiert dass es laut ralphi ralphi.com der urgroßvater von uns whiskytüber dass es tatsächlich dieses irish or scottish mist gibt also ein schottischer nebel und das ist das was hier ist sie versuchen uns ganz bewusst einfach diese trüb trübe momente hier einen moment ich versuche ein blatt papier zu finden für uns und ihr könnt das vielleicht hier sehen dass es nicht ganz so klar ist wie immer das ist ein bisschen trüb und es sieht auch tatsächlich ein bisschen trüb aus wenn ich hier die ich mache einfach mal hier dann fest auf example hier wenn ich einfach mal diese beiden nebeneinander da kannst du es ein bisschen besser sehen und wenn es ein bisschen schriftzug gebe ich mache ein foto dahinter die habe ich noch hier also ja genau also da merkt man hier ist es dann sehr sehr scharf und hier auf diese seite ist ein bisschen trüb auch wenn ich so mache dann könnte es immer noch merken dass das einfach dadurch kommt ja also das ist nicht kälte vertritt das ist einfach 63 es war in die 58 prozent und damit ist es denn braucht es keine kälte fiskation so an wir aus freaks wollen natürlich also glendronach und lenken glengasau und auch ben riach einfach mal dass sie bleiben wie sie mal waren unter der regie von billy walker nämlich an schuld filter den natural color und brown formen diese böse böse amerikaner die john bad jack danielson machen und paar anderen sachen haben gesagt nein unser zielmarkt ist nicht die geeks da draußen sondern sind die asiaten da draußen und die asiaten würden gerne tatsächlich zum größten teil kühlfiltrierte whisky haben wollen weil sie nicht ein glänkern nehmen und einfach pur trinken wie wir so die tun eis da rein und die wollen tatsächlich nicht 46 48 oder sonst was haben sondern sie sind häufig da mit den 40 bis 43 prozent einfach mehr mehr auszufrieden ja es gibt dort ausnahmen aber wir whisky geeks sind eindeutig jetzt hier in der minderheit wenn es darum geht whisky zu kaufen vergiss nicht dass bis heute immer noch 80 prozent alle whisky in schottland hergestellt wird ist ein blended whisky und wer von euch hat außer johnny walker oder ein white heather oder vielleicht eine berry brothers and rodd oder campbellton ein blended whisky mal gekauft in der letzten jahre natürlich wahrscheinlich nicht so oft wir haben dafür vielleicht zehn oder noch flaschen im letzten zwölf monate von single mode gekauft und wir gehören eindeutig zu einer minderheit und wir werden ab und zu mal gehört aber nicht wirklich 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 okay gut modlach finde ich gut also die meisten modlachs die ich habe finde ich sehr 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 gut und lasst uns hier schauen was denn da einfach alles auf sich hat ich muss ganz ehrlich sagen irgendwie die dose finde ich hier nicht mehr zeitgemäß keine ahnung ich denke immer zu bahn hier wenn ich so die schriftzüge hier sehen modlach 2013 very cloudy hier mit 40 prozent naja kann man machen muss man nicht machen ja ich rieche daran vielleicht hole ich ein vergleichs whisky raus wahrscheinlich nicht ich habe die meisten zeit damit einfach verbracht einfach und nahe zu bringen warum trübt da so ein whisky einen wieso ist es so wichtig für uns dass es dann einfach ein non chill filter drauf steht weil der geschmacks erlebnis damit steigt denn jedes mal wenn man etwas wegnimmt fehlt was fehlt was an geschmacksträger fehlt was an geschmack fehlt was an einfach mal verschiedene substanzen die eigentlich hätte drin sein sollen gut bei am mordmacht kriege ich immer eine leicht noch nicht reife ananas ein bisschen teig brotteig vollkornbrotteig orangenschale leichte gewürzen noten schön ja lass uns mal endlich probieren schön angenehm lecker einladend gut warmtops bei modlach sehr gut sehr gut also sieben jahre alt joa also 40 prozent der weg jung grüne apfel der noch nicht noch lange noch nicht reif ist da ist ein bero char moment haben einige leute da ist vor einer person auf jeden fall der bei whisky base geschrieben hat hat man hier braucht identifiziert ich glaube das ist kein rauch das war nicht mit rauchige gerste gemacht das ist keine fenolen die von torf kommt sondern das ist für mich eindeutig eine identifizierbare am bero char für mich kann natürlich daneben liegen aber das ist was ich hier habe das ist ein whisky mit dem ich glaube ich nicht unbedingt gerne im sommer das den verbringen würde es gab mord lachs sie einfach göttlich waren und es gibt mord lachs die einfach mal ein bisschen so muss nicht sein sind und das ist so ein bisschen für mich eine muss nicht sein okay jetzt rieche ich sogar ein bero char moment finde ich ich frage mich immer wieder wenn man 8035 und dann 13 und 16 zusammen mixt was ist mit 1415 passiert warum hat man die nicht genommen waren die viel viel besser waren sie viel schlechter welche auswahlkriterien hätte ich aus master blender master was auch immer denn da gehabt um einfach mal die fässern auszuwählen für ein very cloudy und warum muss man jetzt schon auf sieben jahre alte alte nur sieben jahre alt gereifte whisky zurückgreifen wenn es eindeutig zumindest für mich nicht da ist nicht gereift ist nicht da wo sein kann also verstehe mich richtig es kann whisky geben die sieben jahre alt sind die ja also ich habe nicht das problem damit gerade mit einem first fill bourbon barrel oder ein first fill hogs hat und so weiter aber das ist nicht ein first fill kann ich mir nicht vorstellen gut da ist auch die frage wo diese barrel char kam her kam ich könnte mir fast vorstellen jetzt bin ich jetzt hier dabei um an verschwörungstheorien jetzt hier auszuteilen 905 flaschen übrigens aus zwei hogs hat dass vielleicht diese hogs hat tatsächlich vorher rejuvenated wurde ein kleines bisschen ausgekohlt wurden vorher kann so sein allerdings die farbe ist arg hell für sieben jahre und wenn man irgendwie der aktiv kohle wieder aktiviert hätte würde das viel viel dunkler viel viel anders aussehen so von daher wenn ich ein tropfen wo ein tue ist es kein 40 prozent mehr also ich lasse es wie das ist also der hat echt richtige bis also der hat schon einen ganz schön viel alkohol finde ich schärfe pfeffer und so weiter ein bisschen herbt ein bisschen nüssig wissen weiß ich nicht ob das feuchte erde ist ein bisschen waldboden ah ja genau das ist genau den gleichen geschmack die ich hatte bei der signatory vintage small cask edition number one von kirschwurst auch ein fachstärker war der hat auch genau eben diese geschmacksnote gehabt ein moment ja ich habe eine idee ich werde einfach mal das vergleichen falls ich daran denke dieses foto hier rein zu schenken ich habe noch mein sample hier also was wir haben ist tatsächlich mordlach acht jahre alt hier haben wir sieben jahre alt das war 2012 bis 2020 so small batch edition cask strength number one das war der wichtigste begriff dabei das ist whiskybase nummer 1 7 5 484 und das ist hier tatsächlich 59,9 prozent so wenn ich das sozusagen auf 40 prozent reduzieren würde zuerst müsste ein bisschen hier trübheit da reinkommen also schauen wir mal ob es trüb geworden ist ein bisschen vielleicht könnt ihr sehen dass es tatsächlich nicht ganz so klar ist sondern es ist eine trübung da tue ich jetzt hier unsere sieben jahre alte mordlach dagegen mit 40 prozent das sollte auch ein bisschen trübung sein ich habe ein bisschen viel gegeben und schauen wir mal hier hier also tatsächlich der hat er diesen beide ein bisschen trüb wobei der cask strength ist am trübsten keine ahnung ob das ein richtiges wort ist oh ja die sind echt miteinander verwandt wahnsinn okay okay ja jetzt haben wir eine gewisse tendenz hier beide sind signatory vintage produkte beide sind ziemlich dicht beieinander auch von alter her 2012 hier war das denn 2013 ich probiere erstmal unser cask strength gut verdünnt ich habe diesen whisky mein laub wald boden genannt oktober die blätter fangen langsam an zu vergammeln genau eben dieses herbst moment das ist was ich sagte am anfang das ist hier kein sommer whisky das ist eher ein herbst whisky um ganz ehrlich zu sein der achtjährige ist runder der alkohol ist besser eingebunden der ist ein bisschen schärfer der ist ein bisschen kantiger der ist ein bisschen wissiger ein bisschen metallischer ein bisschen schärfer der 40 hat mehr alkohol boom als der verdünnte 60 prozentiger 59 also ich glaube da hat irgendjemand andre oder wer auch immer das ausgesucht hatte denn da bei kirsch eine halbwegs gute nase gehabt und hier die leute bei signatory vintage haben einfach irgendwas abgefüllt und er war meine meine nach mit seinen sieben jahren echt noch nicht so weit also ein zweitel jahre länger anfasst das könnte denn besser gut getan haben eine über eine gefährdung von übereichung gab es hier nicht eine gefährdung von jetzt hier viele flaschen zu verlieren gab es auch ehrlich gesagt nicht also 905 der nach zwei orcs hat ist schon nicht wenig was da war der angel share war nicht so hoch man wollte irgendwie einen guten am produkt da rausbringen und ich glaube mit meiner meinung sagen zu können leider ziel verfehlt der kriegt hier von mir ein 4 plus am preislich ist es auch eine 4 plus 35 euro dafür ist irgendwie naja kann man machen muss man nicht so eins warum hast du es nicht gekauft zwei kaufen drei kann man wenn man möchte vier braucht man nicht und fünf warum wurde das zeug hergestellt so schlecht ist es nicht aber meine geschmacks profil hat diese mordlacht dieses mal gar nicht getroffen vielleicht muss ich überlegen was das ist ob das die kombination von der vanille von er ein first will bourbon ist mit mordlacht oder ob das die längere reifezeit wie auch immer der war ein bisschen zu jung ein bisschen zu metallisch bisschen zu herb für mich whisky jason hier meine frage des tages ist welche mordlacht hast du gehabt und gern getrunken also war es ein unabhängig abgefüllte wie zum beispiel hier vom signatory vintage oder war es dann eine distillerie abfüllung also war es der 12 oder der 14 oder was auch immer ist ein allergie vom mordlacht ich muss mich da mehr und mehr auseinandersetzen damit mit den standard abfüllungen ja schauen wir mal was ist alles denn hier auf den tisch bei mir kommt und werde ich eines tages hier mit euch auch verkosten whisky jason hier aus der sicht eines amerikaners die flasche wurde tatsächlich geteilt durch meine whatsapp flaschenteilen gruppe dort werden auch die blind sets auch denn da für meine blind verkostungen mitgeteilt und der findet auch unten ein pdf zu meiner sample liste falls wer will darf auch gerne was denn da raussuchen okay jeden tag 17.30 jeden sonntag um 21 uhr mit dem gast es gibt immer wieder viele viele videos von whisky jason schon seit fünf jahren schon über 2500 videos gibt es schon von mir online wahnsinn nicht wahr alles alles gute bis dahin whisky jason